Guten Abend. Guten Abend. Und ich wünsche euch heute Abend, ich möchte heute Abend sprechen, um etwas um EU-EU. Ich weiß, dass es viele Diskussionen gibt, und ich möchte heute Abend geben euch die wichtigsten Stücke um EU-EU. Ja? Ja? Problem, katastrophe, kris, konflikt, kaos, panik, Bankerot, geht es für starkt? Ja? 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 Ja, ja. Ja? Ja? Wollen Sie ein deutscher Witz hören? Ja? Tut mir leid, so ein Ding existiert doch nicht. Aber ja, musikalisch, ja? Ja, und ich will nun singen und spielen südliche EU-Sangen für Sie. Und Sie müssen gerne singen mit. Und wollen Sie nicht mit singen, dann haben wir andere Methoden. Stolte, stärke Europäer, samlet i ein Union. Die gibt nerofamilierer Bond, at vere sammen mit noen. Alle är lige, mens vi är rige, men blir vi ramt af fattigdom? Blir det plötsligt svært at sige, hvad vi skal vere fälles om. Före hen var vi alle vilde, nu der revner i fasaden. Vad är der sjov, hvis som skulle spille, når de andre glemmer maden? Vi, der bestämmer, vil ha det nemmere, og kunne gå frem med fällestridt. Uden all de medlemmer, som modstansligt går forligt. Misforstå oss ik, vi mener EU är en god idé. Men de dövne italianer, de kan gå av helvete. Och vem vill vara makker, med en Slovakker, eller Spanioler, de får slövvin. Stå sammen, men vi takker oss, för all de narseröv. 27 medlemsland, hvor ärken vi ganske få, håller näsen om en vande, resten vill viskta läse på. Nu må vi sanne, det är de, der blande, dem der fra syd med oss, fran och herre, i all de rige lande, hvor de sanne vänner bor. Auf Wiedersehen! Tack till elever och personal vid Säkla.